so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play Empire Total War beim letzten mal haben wir hier angegriffen mit doch ein bisschen wenig habe ich so das gefühl könnte ein bisschen knapp werden so ein bisschen sehr knapp mal schauen sollte ja nicht das erste mal sein halten sie in ihrem Zentrum Kavalerie in Reserve um für Flexibilität zu sorgen während der Kampf sich entwickelt können sie sie schnell dorthin bewegen wo sie gebraucht wird ja ich meine das ganze erst mal so wir stellen die Kanonen auf den Hügel die DIN-Infantrie jeweils so Flankenangriffe mit Kavalerie können den Gegner ernsthaft in Bedrängnis bringen ich hab doch keine Kavalerie man Kavalerie ist scheiße Kavalerie kann nix und wenn nur unter hohen Opfern trotzdem sollten wir deren Kavalerie wegmachen weil das ziemlich kacke ist wenn die rein rushen dazu muss man halt mal schießen ja wie gesagt ich bin jetzt nicht so der Fan von Kavalerie weil die ziemlich schnell weg geht ziemlich sehr schnell kommt immer eine Reißweite von den Kartellchen kommt schon bitte 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 bleibt hier bleibt da drin ach schade sorry die hauen sich damit jetzt nicht selbst weg das wird ziemlich scheiße das wird ziemlich scheiße okay 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 Die sind ja schnell unterwegs. Die sind ja schnell unterwegs. Ja, das kann jetzt mal lustig werden. Ich hoffe, die Kartätschen hauen ordentlich rein. Kartätschen. Also, wie es bisher ausschaut, werden wir die brauchen. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.